Dann drehe ich mal kurz eine Runde draußen durchs Wasser. Mal gucken, wie das so funktioniert. Nicht, dass das voll läuft. Dann kann man das Ding wegschmeißen. Der Nachmittag kann auf jeden Fall große Haustiere mitbringen. Wir haben Platz. Das auf jeden Fall, ey. Das auf jeden Fall. So, gut. Dann heißt es jetzt noch ein bisschen Tiere in die richtige Reihe parken. Überlegen, was man noch baut. Tiere haben auch nicht alle einen Sattel. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen blöd. Die Trikes standen noch mal alle ordentlich. Was passiert? Ja, frag mal Anni. Ja, Kämpfe. Eindeutig waren das Kämpfe. Ich weiß nicht, was das Problem war. Hallo. Hallihalow. Guten Tag. Hast du noch die Nachricht gelesen, die ich dir geschrieben habe? Ich war gerade schon mal dabei. Dann lies sie dir einfach nochmal durch, damit du einfach informiert bist, was hier heute los ist. Wir räumen auf jeden Fall gerade schon mal die Base ein bisschen auf, weil bald kommt ja der Besuch. Da wird ja dann geguckt, was wir so Schönes gemacht haben. Achso, ja. Aber das war doch klar, oder? Ja, 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 klar. Und dann, wie gesagt, danach dann... Also jetzt erstmal aufräumen, danach halt zu den jeweiligen Bases. Da kriegen wir Gyrus Fernfühl übrigens. Und danach kommt dann halt noch eine Schlacht. Wo auch immer. Und wir schauen mal, mit welchen Tieren. Ja, mit allen hat er schon gesagt. Aber Schlachten wäre doch vor dem Virus besser, oder? Ja, du kannst doch im Stück essen. Hm, Gott, oh Gott, ehrenlos. Ja, ja. So, das sollte hier irgendwas werden, was nicht fertig ist. Da ist der Zuchtsbino. Soll der da oben bleiben? Ach, egal. Wenn wir richtig tolle Base über hier gebaut haben. Also ich bin hochzufrieden. In fünf Monaten haben wir hier was richtig Tolles hingekriegt. Oh ja, und Hallöchen, Hallöchen Karroschia. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Fünf Monate schon, siehst du, solange wie Arc World läuft. Oh, ist das laut. Maio, du hast schon immer zu hohe Erwartungen gehabt, weißt du? Oh, Balou hat bei mir irgendwie so ein bisschen Roboterstimme. Ist das nur bei mir so gewesen gerade? Ein Clemens war das. Ich weiß noch. Ja, Clemens war das, achso, ja. Mach uns den Clemens. Das kennen wir ja schon. Wahrscheinlich, wer Balou gerade noch connected hat, deswegen. Achso, das kann sein. So, ich brauche erstmal noch ein Oberteil. Ich muss erstmal neue Sachen anziehen. Bin hier nämlich nicht ganz angezogen. So, wieder nackt vor dem PC, oder was? Ja. Hm. Ist schön, war warm. Ach Gott, ich bin ja mitten in der Wildnis noch hier. Schön, sehr gut. So, vielleicht hat der Maio ja eine Idee, was wir hier noch schnell zimmern können. Ne, habe ich nicht. Das Problem ist, hier ist, glaube ich, nichts zu retten. Ist nicht zu retten. Ja, ich gucke mal, ich wollte noch einen kleinen Schrein bauen eigentlich. Ich überlege nur, wie wir den am besten bauen. Eigentlich müssten die Leute da sein, die hier auch geplant haben, ne? Der Hero hat hier irgendwas gebaut in seinem komischen mit der Werkstatt. Keine Ahnung, was hier oben drauf sollte. Ah, stimmt. Ja. Den Kinderzimmerkollegen haben wir schon vor einiger Zeit rausgeworfen. Der hat das einfach nicht hingekriegt mit dem Kinderzimmer. Die Projektplaner haben wir den anderen genommen. Ja, nochmal zur Info, was heute ansteht. Erstmal noch ein bisschen Base aufräumen. Danach gibt es die Base-Führung in den jeweils anderen Bases. Und dann gibt es noch einen Abschlusskampf. Wir sind selbst sehr gespannt, weil mehr wissen wir ja nicht. Details kennen wir nicht. Braucht man ja auch nicht. So, ich überlege nur gerade, was kann man denn hier noch schönet bauen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was die anderen Parks gebaut haben. Aber hallo. Also ich habe ja schon mitbekommen, dass Team Spielberg auf jeden Fall ordentlich was gebaut hat. Und die Nachtschatten müssten eigentlich den besten Park von allen haben. Eigentlich schon, ne? So oft, wie die gesagt haben, die haben sich mal rausgehalten heute, weißt du? Beim Gekloppe. Da müsste da eigentlich richtig der Monster-Park stehen. Und wir, da wir ja die Sieger der Staffel sind quasi, haben hier natürlich die Prioritäten ganz anders gesetzt. Sieger der Staffel. Ja. Ja. Deswegen, hallo, wir hatten gar keine Zeit für irgendwas anderes. Wir mussten alle Punkte einsammeln, die es gibt. Aber bitte. Und dementsprechend sind wir noch Tabellenerster. Also in unseren Träumen, ja. Wir haben ja unseren schönen Friedhof noch, ne? Den kennen ja die anderen nicht. Wir haben unseren Basketballkorb hier. Ist halt echt die Frage, ob wir den noch woanders hinziehen. Aber eigentlich passt es ja doch da. Na, vielleicht will ja einer oder andere auch mal Birgit Ball spielen. Naja, das kann er doch dann da machen. Es gab halt ein paar Aussätze, aber es war besser als gestern mit Twitch, na immerhin. Ja, gestern war es richtig bitter. Irgendwie. Also ich kam auch eine Weile überhaupt nicht auf die Twitch-Seite. So, Tierchen. Erstmal ein bisschen Platz machen da am Basketballkorb, ne? Und verwirrt standen hier nicht mal viel mehr Bäume rum? Ähm, vorne am Sumpf? Oder haben wir die alle weggehauen? Kann sein, dass wir die letztes Mal abgefarmt haben. Ahoi. Guten Tag. Hallo, Lohstar. Hi, hoi. So, ich komme jetzt gleich mal zu euch. Und dann gebe ich euch Weihnachtsgeschenke. Ja. Ist aber schön, dass du uns vorwarnst, nicht? Dass ihr direkt gleich wieder in Flammen steht oder so. Ja, das ist in Leidenschaft aufgehen, ne? Achso, ja. Ja, ich gebe euch gleich Gyrosphären. Ruhig für jeden eine. Und dann könnt ihr gleich, ich weiß jetzt nicht genau, welcher Park anfängt, aber dann können sich dann alle treffen mit den Gyrosphären. Fahren ja dann problemlos über Land und durchs Wasser. Ja. Und dann müssen nur die Parktüren jeweils vom jeweiligen Park geöffnet werden und alle anderen können rein. Jupp, das machen wir auf jeden Fall. Das kriegt man hin. Na, mal gucken mal. So, aber wir haben noch ein bisschen Zeit zum Aufräumen, ne? Genau. Der Spiel, wer meint der, ein bisschen Zeit ist noch? Ja. Wir haben gesagt, eine halbe Stunde, vielleicht bis maximal eine Stunde, je nachdem. Wenn alle sagen, wir sind jetzt fertig, können wir loslegen. Okay. Bei uns gibt's ja Gott sei Dank nicht viel aufzuräumen. Zum Glück. Oh Mann. Da ist alles in Ordnung. Der Titan hängt da. Da kommt er. Angeflattert. Schön flatterhaft. Ich hoffe, das Tierchen steht auch passiv. Ne. Attack your target. Ich lasse gleich, wie da irgendwas schief geht. Ach, das kann schon bei uns schief gehen. Ja, 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 klar. So, ich werfe die alle auf den Boden, das müsste auch gehen, genau. Alle für mich, sehr schön. Ja, sechs Gyrosphären, also, die sind schwer. Ich platziere sie einfach direkt. Dann gehören sie euch. Juhu. Dankeschön. Cool. Na, da bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich gehen wir gleich mit den Dingern erstmal runter und kommen die wieder ausmachsach raus. Wahrscheinlich. Testet sie aus. Ich kann auch neue herbringen, wenn ihr sie kaputt gemacht habt. Sehr gut. Wir werden ja heute nichts kaputt machen. Hallo. Dann lasst euch nicht stören. Baut weiter. Bis später. Jo, bis dann. Danke. Danke. Können wir jetzt einfach da rumstehen, oder? Weil ich bin jetzt ja gerade hier noch beschäftigt. Also, die spawnt ja nicht, oder? Also, ich fahr erstmal rum. Das Geräusch ist schon mal lustig, wenn du damit losfährst. Was sind das für so Bode da unten? Mal ganz kurz gucken. Okay. Die meisten Dinos sehen uns nicht. Und was steht da? Achso. Geschützt gegen Gezonkälte. Sehr schön. Ist ja geil. Die Dinger können auch einfach so richtig durchs Wasser schwimmen. Okay, ich glaube, es ist nicht weiter kompliziert. Da sollte man nichts kaputt machen können. Das sagen sie alle. Und da lauf einmal. Ich gucke, ich teste aber gerade. Hier, dann kannst du direkt tauchen gehen mit dem Ding. Dann kannst du schön wieder an Land fahren. Sehr schön. Da sitzen wir hier völlig entspannt drin. Cool. Was steht da? Das kann man gleich lesen. Sarko, Jurassic Park, Dilophosaurus. Achso, das geht alles durch. Sarko, Rex. Keine Ahnung, was das für eine Anzeige sein soll. Da unten in der Mitte kann ich gerade nichts mit anfangen. Ansonsten sieht es ziemlich cool aus, wenn man drin sitzt. Also ich finde das schon mal ziemlich episch. Mario hat ein neues Spielzeug. Das ist ein Zweisitzer. Pass da noch einer rein? Ja, geil. Dann brauchen wir eigentlich nur zwei. Ich weiß nicht, ob da noch jemand reinpasst, oder ob man hier allein drin sitzen kann. Nee, nee, da kann man zu zweit drin sitzen. Cool. Das heißt, ich suche mir einfach einen Chauffeur. Malo, du kannst selber fahren. Lidus in der Nähe zeigt das Ding auch an. Sehr schön. Dann dreh ich mal kurz eine Runde draußen durchs Wasser. Mal gucken, wie das so funktioniert. Nicht, dass das voll läuft. Dann kann man das Ding wegschmeißen. Hallo, da stehen noch fünf. Oh, das ist irgendwie Treibstoff, das Ding? Oder funktioniert das einfach so? Ich glaube, das funktioniert wirklich so. Das kannst du, nee, das Batterie. Die lädt sich auf, wenn du dir in die Ladestation steckst. Hat er die Ladestation hingestellt? Nee, da war keine, oder? Hat er keine gebaut? Okay. Denn eigentlich gehört da eine Ladestation dazu. Und dann stellst du das Ding da rein. Oder da drauf. Und dann lädt sich das automatisch. Repariert sich automatisch und lädt sich automatisch. Okay. Das ist aber ein ziemlich cooles Ding hier. Kannst du schön durch die Gegend schwimmen. Oh, cool, ey. Das sieht ja richtig geil aus. Wenn du mal direkt dann aus der Ich-Perspektive nimmst hier. Das Pürsen. Geil. Und das da unten. Oh, da schwimme ich jetzt mal hier los. Das ist wie der Effekt, wie wenn man die Taucherbrille kann sich richtig gut gucken. Und dann was sagt, oh, was ist denn das da drüben? Mosa. Hallo. Hallo, Mosa. Naja, zu dem schwimme ich mal noch nicht. Das können wir dann später ausprobieren, ob das funktioniert. Mario sucht gerade sein eigenes Abenteuer. Ja, guck doch mal. Sieht ziemlich cool aus hier. Hey, ich seh das schon, was du da machst. Richtig episch. Also Wasser rumschwimmen mit dem Ding ist richtig geil. Ich wollte eigentlich gerade noch was bauen und ich habe keine Ahnung wie. Was willst du denn bauen? Vielleicht wollte ich einen Dodo-Schrein bauen. Ja, der ist auch an der Stelle echt deplatziert. Na ja, hinterm Friedhof. Ja, mitten zwischen den Gängen. Das ist ja richtig kacke. Aber zwischen den Gängen, also im Gang. Mein Gott. Mir fehlt halt nur noch die Idee. Ich weiß gar nicht mehr, wie der bei Valhalla aussah. Aber ich glaube... Ah, Moment. Mir fällt noch was ein. Ja, bei Valhalla, da hatten wir ja tatsächlich nur einen riesen Hinkelstein und ein paar kleine Steinchen drum. Genau, genau, genau. Und Kerzen und überhaupt Nasse nicht gesehen. Ja, deswegen, das werde ich jetzt auch wieder tun. Hier hängt übrigens Orlo-Titan in der Nähe vom Friedhof rum. Den kann ich nicht wegparken, weil es gibt natürlich wieder keinen Sattel. Ich finde es auch cool, wie das Ding losfährt. Das Geräusch allein schon. Dann gibt es richtig Gas hier. Sehr schön. Ja, also Iguanodon-Sattel brauchst du für Orlo. Ah, okay. Sollten wir eigentlich noch haben. Ich baue mir einfach schnell ein. Wir haben ja alles dafür. Aber dann kann ich den auch mal wegparken. Ja, was ist denn eigentlich mit dem Gruppel-Kinderzimmer? Das kannst du ja keinem zeigen. Weiß nicht. Das ist ja eine einzige Katastrophe, das Ding. Und da steht auch noch ein Spino drin. Ja. Ja, aber das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja hier, weiß ich nicht. Alles Katastrophe hier. Wo habe ich denn meine Demolition Gun? Genau. Reiß doch mal bitte alles einfach ab. Einfach die ganze Base jetzt einfach mal weg. Demo. Diese ganzen einzelnen Sets-Foundations zum Beispiel. Sollen wir nicht einfach überall Bäume hinsetzen und sagen, das ist Hambacher Forst? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, dann müssen wir aber dann gleich noch die Exle rausholen. Ja, das machen wir dann auch noch. Oh Gott. Dann bewerfen wir damit Kot. Oh Mann. Mhm, 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 mhm. Wo ist denn hier der Kram, Mann? Ich such grad, äh, es gab doch hier, ähm, diese, aus, aus Grünzeug, so, die Tiere. Äh, ja. Tapieri, Tapieri, keine Ahnung. Ach, Tapieri. Ah, jawollo. Cool. Super. Gefunden. So, jetzt hab ich gar nichts zu sehen, Pingen. Okay. Dann hab ich das schon mal. Und Hallöchen an alle, die jetzt eingeschaltet haben, herzlich willkommen zur Arc World Session 20. Das ist heute die letzte Session, das ist die Abschluss-Session. Jetzt wird grad noch ein bisschen aufgeräumt. Und, äh... Mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Also ich sortier schon mal den ganzen Quark hier weg. Das ist schon mal gut. Also das Kinderzimmer, das ist ja nur eine Ruine, das kann weg, das Ding. Das brauchen wir nicht. Ja, ja. Noch ein bisschen optimieren, bevor der Besuch kommt. Ich hoffe, die bringen Bier mit. Also Besuch hier ohne Geschenke und ohne Bier geht nicht. Dieses Binos, ey. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich nicht vermissen werde. Wo ist denn hier der dicke Stein? Verdammt. Der große Hingelstein. Noch Ressourcen für Rex-Zettel, sag mal. Äh, wir haben genug. Also wir haben eigentlich von allem irgendwas. Da kannst du einfach noch schnell bauen. Ich würde mir das jetzt auch nur irgendwie schnell noch zusammenzotteln. So, jetzt haben wir ja auch schön Platz, ne? Also können wir ja auch Dinos parken hier vorne. Aber hallo. Kinderzimmer brauche ich keiner. Sehr schön. So, den Anke nur noch mitnehmen. Wahrscheinlich bleibt der jetzt auch irgendwo hängen. Jo, alles raus. Der ganze Müll, ne? Brauchen wir nicht. Alles Schrott kann weg. Aber hallo. Könnten ja durchaus noch Sättel haben, ne? Irgendwo schon. Aber ich habe halt keine Ahnung, wo die sich finden. Ich habe hier welche. Aber da sind keine Rex-Sättel drin. Haben wir nicht noch irgendwo einen? Ich weiß es halt nicht, ne? Ne, also hier in dem Schrank auf jeden Fall schon mal nicht. Wer weiß. PvP gibt es später noch. Nur mal so, jetzt weil gerade ja die Diskussion gerade im Chat ist. Gibt es auf jeden Fall später noch eine Entscheidungsschlacht. Mit allen Tieren. Irgendwo treffen wir uns alle zusammen. Und dann gibt es richtig Kloppe. Aber hallo. Und, naja. Wir parken jetzt nur so ein bisschen Dinos hier ein bisschen zusammen, dass man die auch vernünftig mal sich anschauen kann. Man gibt es nicht viel zu sehen, muss ich sagen, bei unserem Park, wenn man sich unbedingt drauf fokussiert, hier zu bauen. Dafür war einfach keine Zeit. Und daher... Ja, aber wir machen das Beste noch draus, ne? Von daher alles okay. Jeder baut jetzt hier gerade noch was Schönes hin. Und reißt was Hässliches ab. Genau, das ist so der Plan. Ja, dann können wir ja vorne anfangen und hinten aufhören. Ja, wobei, so schlimm ist es ja nicht. Das Haupthaus geht ja hier und so. Hallo, zwei Rechtssättel hast du? Drei. Drei? Ja. So. Den größten Schandfleck haben wir schon mal entfernt. Das Kinderzimmer? Das Kinderzimmer. Aber wirklich, ne? Das macht gar keinen Sinn. Ja, wer überlegt, dass quasi vom Niveau her, also vom Baueniveau her, von der Geschwindigkeit her, das Ding, was da stand, diese Ruine, dass da Clemens zwei Sessions für gebraucht hat, war schon irgendwie, ich weiß es nicht. Ja, nicht jeder kann so flott bauen wie du, ne? Hallo? Ich stelle die meiste Zeit nur AFK rum. So sieht's aus. Oh nein. So. Alles klar. Blech mit dem Zeug. Ich brauch mehr Deko. Ach, unter Zeitdruck bauen, das ist auch mal so eine Sache, ey. So, ich brauch was zu essen. So, okay, Schandfleck weg. Kinderzimmer, das ist, wie gesagt, das war ja, das war ja nicht mal irgendwie ein Raum. Das war eine Plattform mit ein paar Wänden, die noch nicht mal alle zu waren. Und, weiß ich nicht, so kops wie gesprungen, kann man auch direkt irgendwie entsorgen. Hallo. Ahoi, ich noch mal kurz. Willkommen. Damit es nachher für alle klar ist, ich glaub, das wurde nicht vernünftig einmal rund gesendet, wir machen das ja so, dass erst jetzt die Bauphase, dann alle gucken und dann alle diese Schlacht ziehen. Ja. Am Ende. Da werden auch wirklich alle Tiere mitgenommen, ne? Also alles, was ihr habt. Das umfasst auch die ersetzten Rare Sightings. Alles, was Beine hat oder Flügel oder sonst was, kommt mit. Birgit wird das rausreißen, ich sag's euch. Also Birgit muss zu Hause bleiben. Also Birgit kommt mit. Birgit kommt mit. Hallo, Birgit kommt mit. Oh Gott. Alles muss mit. Oh Gott. Und ja, ihr werdet am meisten gefürchtet, ist euch klar, ne? Ja, 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 klar, klar, auf jeden Fall. Ich klar, ne? Ja, natürlich. Wegen Birgit. Natürlich, wegen Birgit. Aber hallo. Birgit macht's halt, ne? Birgit, ich hoffe, du weißt, das zu würdigen. Werden dann alle unsere Tiere nochmal geheilt oder wie ist das? Ne, das werde ich vorher nicht tun. Dammit. Aber das braucht ihr, glaub ich, auch nicht. Ihr seid da die Favoriten. Oh Mann. Okay. Denkt mal, was ihr da für leuchtende Tiere stehen habt. So, okay. War schon immer ne Leuchte. Das stimmt allerdings. Gucken gleich mal, welche... Wir nehmen eben ne Insel. Ich schreib euch dann die Insel mit Koordinaten in den allgemeinen Chat hier auf dem Server. Und dann, denke ich mal, machen sich alle einfach auf den Weg. Und irgendwann gebe ich dann das Signal. Dann können alle loslegen, wie sie lustig sind. Okay. Oh Mann, das wird richtig spannend. Können wir die Tiere dann da irgendwie per Teleporter hinbringen? Hallo, wir schwimmen los und machen alles platt. Ja, hallo. Also das geht wirklich schneller, wenn ihr alles hinterher zieht. Auch wenn irgendwo mal was hängen bleibt. Ja. Als wenn ich jetzt jeden einzelnen, jedes Tier porten muss, von dem man rein kann. Nee, oh Gott, das will ich. Würde zwei Stunden dauern. Nee, ich dachte, so ein Teleporter hinsetzen oder sowas. Ja, das funktioniert ja nicht so richtig. Ah, okay. In Parken auch. Gut, gut. Wir kriegen das hin. Okay, aber dann wissen wir Bescheid. Dann sind wir informiert. Und trainieren jetzt Birgit noch ein bisschen. Hallo, Birgit wird gewinnen. Ich sag's euch. Auf jeden Fall wird sie das. Wer gewinnt, darf dann am Ende meinen Drachen töten. Oh, okay. Ich dachte behalten, hallo. Töten wir jetzt nicht unbedingt der Plan. Den braucht danach keiner mehr, glaube ich. Kannst du es werde Licht machen? Und es warrt Licht? Jetzt zu dieser Uhrzeit, meinst du? Ja. Dann kann man das nochmal richtig nutzen für das Bauen jetzt hier. Also dafür wäre es jetzt halt noch ganz cool. Das kann ich natürlich gerne machen, wenn du keinen stören. Nee, ich denke auch. Wahrscheinlich kommen gleich die Beschwerden im Chat. Wahrscheinlich wollten sie gerade eine Beleuchtung installieren oder so. Dann verbrenne ich sie einfach. Ja, genau. Hallo, genau. Siehst du, Birgit verbrennt sie alle. Äh, verbrennt sie alle. Killt sie alle. Mit verbrennt sie dieses Drachen eigentlich. Birgit, Birgit. Also du hast wirklich, wir müssen nochmal reden, Birgit. Du hast jetzt so lange trainiert hier mit uns. Du machst das, Birgit. Guckt, ein bisschen betröppelt, aber. Das ist täuscht. Also das täuscht nur mit Birgit. Ich glaube, Birgit ist noch nicht so ganz überzeugt von dem Plan, aber naja. Oh, Licht aus. Die ganzen Kellerkinder beschweren sich wieder. Birgit im Rage-Mode. Hallo, ich erinnere nur damals an diese epische Schlacht in Staffel 2 am Ende, wo die ganzen Dodos noch mit in die Dings gezogen sind. Oh, das war geil. Die kleine Dodo-Familie da, die haben richtig noch was rausgerissen. Ein Glück, da gab es keine Frame-Drops, ne? Ein Glück. Also ich hatte keine Probleme, muss ich sagen. Ich schon, ich schon. Aber das war halt episch. Hatten wir nicht mal mehr Krokodile? Gut. Togt euch weiterhin aus. Ich spät bitte später. Machen wir, danke. Bis dann. Ja, wir hatten irgendwann mal noch Krokodile. Allerdings sind die natürlich auch abgekribbelt teilweise. Ach, hier liegt noch eins vom Haupthaus. Bring ich mal auch zum Wasser. Das gehört hier nicht hin. Wir müssen ins Wasser. Noch ganz trockte Haut. Aber echt, das geht so nicht. Dondröschen hat noch einen Gigasattel gehabt von irgendeinem Opfer. Ja, Spinatina hat auch noch ganz viele Sachen. Opfer-Sachen. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, warum er meinte, dass wir Favoriten sind. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das erzählt er schon eben. Wegen dem bunten Dings da oben. Dem Giga. Wegen dem Giga? Der ist ja gar nicht so gut. Aber der kann alles. Der reißt alles raus. Sag euch das. Der kann das. Der hat nur, weiß ich nicht, 20 Nebenspunkte. Das ist nix. Oh, und es regnet. Also Birgit wird auf jeden Fall heute hier das Ruder rumreißen müssen. Ganz ehrlich. Uiuiui. Ja, und die Pläne haben sich heute noch mal geändert. Das stimmt, Flumina. Eigentlich wäre Lones da nicht da. Aber da hat sich privat noch was geändert. Von daher ist er da. Kommt uns allen natürlich zugute. Dadurch gibt es dann einfach auch noch mal eine coole Abschlussschlacht. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Das haben wir uns ja alle gewünscht für die letzte Session. Einfach noch mal so ein bisschen aufs Maul. Genau. Und überlegt euch schon mal, welche Tiere ihr dann nehmen werdet zum Reiten. Ja. Ja, ja. Ich weiß schon, was ich nehme. Birgit zählt nicht zum Reiten, ne? Birgit zählt nicht? Birgit zählt nicht zum Reiten. Ne, ne. Ich nehme mir meinen Speedfrosch. Der gute Speedfrosch. Also Dornröschen ist auf jeden Fall ja noch, ne? Als Königin der Gigantour-Arena kämpfe. Ist auch noch frei. Boah, die haben noch so viel Equipment hier geladen, die ganzen Viecher. Ist egal. Lasset drin. Oh, ich bin gespannt. Wirklich, ich bin gespannt, ihr Lieben. Was da heute so auf uns zukommt. Ja, wahrscheinlich hauen die alles weg mit ihren komischen Indominos. Ach was. Wechseln. Mario, du musst dich auf Zeug setzen. Ja, das auf jeden Fall. Nachdem wir den jetzt extra schon trainiert haben für die, ne? Arena-Schlacht, für die Herausforderung und das jetzt nicht mehr zum Einsatz kommt, muss der halt einfach dann entsprechend kämpfen. Hab ich eigentlich einen Pinsel mit gerade? Ne. Was ist denn los? Doch, hab ich. Boah, ich wollte schon sagen. Ui, ui, ui. Das hätte mich jetzt aber stark gewundert. Hat der denn noch hier im Start? Rex-Settel hat der auch noch. Der gute Zeug. Tarecht? In Dominos Rex. Ach so, in Dominos Rex. Ja, und normale Rex-Settel auch noch. Gott, was hat der denn alles eingesammelt? Wen hat denn der gefressen? Irgendwas hat er eingesammelt. Unsere kostbaren Ressourcen hab ich jetzt verballert für Rex-Settel. Balu, super, ey. Das wird unser Untergang sein. Toll, was sollen wir denn beim nächsten Mal machen? Ja, das war's mit dem ersten Platz, ne, Balu? Oh, hier fehlt ein Sattel. Unglaublich. Ein Kühlosattel. Alles egal, komm. So, okay. Das ist schon mal alles hier drin. Ja, das Problem ist, Bronto-Armee haben wir nicht. Also, wir haben da nicht so viel im Angebot. Also, alles, was hier rumsteht, haben wir jetzt. Und ich würde jetzt auch nichts Neues mehr erzählen. Das macht gar keinen Sinn. Nee, ach, um Gottes Willen, das dauert alles zu lang. Das macht keinen Sinn. Und wenn ich die jetzt noch auf Dings skille, ja, Pato zum Beispiel, der hat jetzt noch, na ja, fast 30 Level, die er vergeben könnte. Aber das bringt ja nichts, weil die werden ja nicht mehr hochgeheilt. Und daher macht der eigentlich auch noch Damage Sinn. Dann macht Damage Sinn, ja. Oder Speed. Das Wüstenschiff hat noch, von der ersten Folge, lebt das Wüstenschiff noch. Sehr gut. Ja, dann sollten wir schon mal zusehen, dass wir unsere Dinos noch ein bisschen leveln, die ja da mitkämpfen werden, ne. Also, ich hab ja immer schon mal geguckt, wo ich noch Level reinpacken kann. Ja, aber den Pflanzenfresser macht eigentlich nur noch Damage Sinn. Wer die Schlacht gewinnen will, kann ja Strafpunkte riskieren und ein Rexitame. Also, der Spectator, der will's auf jeden Fall wissen heute. Der stachelt hier die Leute noch an. Wir haben gar keine Himmelsleiter hier, Mensch. Schade. Das wär doch eigentlich ein super Event. So. Ja, der Giga hier ist leider auch nicht so dolle gelevelt, muss ich sagen. Der hat jetzt grad mal 13.000 EP. Ne, Quatsch. Ja, doch fast 13.000 EP. Der könnte auf jeden Fall was gebrauchen, aber... Der hat zwar level 491, aber der hat echt scheiß Stats, muss man sagen. Also, irgendwie nicht so dolle. So. Ansonsten haben wir noch den Leuchttereck. Was? Was? Moment. Was, Andi? Was ist los? Oh Mann, ich hab hier grad beim Basketball, beim Basketballplatz ein Schild hingehängt und habe grad eigentlich raufgeschrieben im Basketballplatz und gucke hin, dann steht auf einmal, Andi ist doof da. Hat der Andi einfach mal, ne? Ist ja schön. Oh, herrlich. Was fand ich jetzt gut? Hast du gesehen, Andi, hier? Ja, sehr cool. Was ist das? Ah, oh. Ja. Ja, ich kann beim Basketball zusehen und seine Notruf verrichten. Richtig gut. Der Andi hat was richtig Schönes gebaut. Direkt ein Klo? Ja, also aber, ne? Drei Klos. Drei Klos. Zuschauern in der Bühne. Ein Wohnklo. Aber hallo. Sehr cool. Das ist schön. Komposthaufen. Das gefällt mir. Ja, Arena gibt's heute nicht mehr, allerdings gibt's dafür was anderes Episches, nämlich den Abschlusskampf mit allen Dinos. Also quasi alle drei Parks bringen alle ihre Dinos mit. Wirklich alle, alle, alle. Also unsere Birgit wird natürlich als Heerführer in die Schlacht ziehen, logischerweise. Ja, natürlich. Und dementsprechend gibt's auch noch die Abschlussschlacht mit allen Dinos zusammen. Also die kloppen sich dann richtig aufs Maul. Und mal gucken, was das Schönes wird. Am Anfang gibt's dann noch mal kurz ein paar Eindrücke von den anderen Parks zu sehen. Also wir werden auf jeden Fall Sightseeing-Tour heute machen durch alle drei Parks und alles anschauen, was da so los ist. Wir sind sehr gespannt, was bei den anderen so Schönes gebaut wurde. Bei uns gibt's ja nicht so viel zu sehen, muss man einfach mal realistischerweise sagen. Dafür hatten wir viel Spaß mit Birgit. Also Prioritäten auf jeden Fall richtig gut verteilt. Na aber. Naja, ich weiß nicht. Also wir haben schon gewonnen. Also was soll ich jetzt sagen? Eigentlich haben wir schon gewonnen. Eigentlich haben wir gewonnen. Eigentlich nur, weil wir Birgit haben. Birgit reißt es immer raus. Ab Tron haben wir ja gar nicht mehr. Also haben wir ja so gut wie anders noch eingesehen. Die hat Andi letztens verfüttert. Mhm. An den Anki-Boss. Ach, ja stimmt. Da war ja was, ne? Da war ja was. Nie. Das wirst du nie tun. Ah, das sieht doch ganz vernünftig aus. So, wir haben auch, wenn wir jetzt auf den Dodo schreien. Malo, wo bringst du die kleinen Viecher hin? Äh, die. Achso, die. Ja, jetzt bringst du die alle wieder mit. Ich wollte die da auf den Stapel stellen, damit wir die dann alle zusammen anpfeifen können. Ja. Dann können wir die auch hier abstellen. Lasse hier, lasse hier stehen. Genau. So, ich gucke mal, dass ich hier oben ein bisschen Unser den kann. Und so, das müssen wir nicht mitnehmen. Doch, das nehmen wir alles mit. Er hat gesagt, wir sollen alles mitnehmen. Alles, was läuft und Flügel hat, also wird das mitgenommen. Wir nehmen alles mit. Ja, aber wenn die da nicht rauskommen. Und was unterwegs abgräbelt, hat er einfach Pech gehabt. Natürliche Selektion. Ja, aber ich bin dann irgendeinen guten Viech wahrscheinlich dann im Weg. Ach, was. Ne? Also halte ich eigentlich für eine gute Idee. Ja, dann bilden wir halt zwei Teams. Quasi dann die guten Kampftiere und die schlechten Kampftiere. Dann können die schon mal vorne weg toben. Und mal ein Anki hat ja gar keinen Sattel. Ja. Jetzt stellt er genau da den Frosch hin, wo ich den Rex, also Kerl. Macht doch erstmal einen Plan. Genau, macht doch einen Plan. Nicht den Plan. Nicht den Plan. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja.